Als ich dann die Diagnose erfahren und sehr traurig gewesen bin, war mein Kind mausestill. Ich habe geheult, das Kind hat keinen einzigen Tritt in meinen Bauch gemacht. Ich lag dann im Bett am nächsten Morgen und dachte mir, wenn ich will, dass mein Kind selbstbewusst auf die Welt kommt, dass es Vertrauen hat, es schafft vieles, dann muss ich an mir erst einmal arbeiten. Und ich muss für mich erst einmal dieser Tatsache bewusst werden, es hat eine Besonderheit. Im Augenblick erwarten wir ein Kind mit einem Down-Syndrom. Die Diagnose haben wir seit etwa einem Monat. Wir sind in der sehr glücklichen Lage, ein Kind zu bekommen, weil wir sehr lange ein Kind wollten. Fünf Jahre haben wir es versucht, das hat nie geklappt. Und jetzt im Endeffekt haben wir tatsächlich ein wunderschönes Glücksgefühl, ein Kind zu bekommen. Mit der Besonderheit, dass es ein Down-Syndrom hat. Am Anfang war es wirklich schwierig. Da muss man ja akzeptieren, dass das Kind das ganze Leben ein Problem hat. Aber so oder so, das ist unser Kind. Wenn es so sein soll, muss es so sein. Einfach ein Kind bekommen. Nicht mehr. Haben Sie auch über einen Schwangerschaftsabbruch nachgedacht? Darüber vielleicht ein oder zwei Minuten mal geguckt. Nein, ich will nicht. Ich will dieses Kind haben. Nicht so lange. Dann haben wir nie wieder gesprochen. Dann haben wir nie wieder gesprochen. Brauchen wir nicht. Wir wollen dieses Kind so oder so ein Geschenk. So, was wir sagen. Ich bin in Deutschland geboren und Mustafa lebt seit sechs Jahren hier in Deutschland. Wir sind bei der türkischen Abstammung. Und wir betreiben gemeinsam unseren Traum, einen Coffeeshop hier in Bayreuth. Als ich im Pränatalzentrum war, war die Frage, was möchten Sie machen? Und ich habe wiederholt sagen müssen, ich behalte mein Kind. Ich behalte mein Kind. Die Bindung ist schon da. Und es wäre für mich fatal zu sagen, ich entscheide mich dagegen, weil es Trisomie 21 hat. Zumal es, wenn man das Kind richtig fördert, überhaupt kein Grund ist, das abzutreiben. Hallo. Hallo. Ich suche bitte die Radiologie. Sie gehen da durch diese gelbe Glastür durch. Okay. Und auf der rechten Seite ist wieder so ein Glaskasten. Da melden Sie sich bei der Kollegin. Danke. Die größte Angst ist natürlich, kann es selbstständig seinen Weg gehen? Ist das Thema Einkaufen für ihn ein Problem? Wird es Rechenschwierigkeiten haben? Oder ist das Thema Sprechen dann später für ihn ein Problem? Wie weit kann das Kind ein eigenständiges Leben führen, wenn ich als Mutter irgendwann nicht mehr da bin? Wenn der Vater nicht mehr da ist? Aber ich denke einfach, fördern ist das A und O. Und es wird seinen Weg gehen. Es wird einfach seinen Weg gehen. Ein bisschen rein. Haben Sie das auch, diese 3D-Aufnahmen? Ja. Echt? Ich würde das so gerne mal wieder sehen, mein Kind. Wir streiten uns immer mit meinem Mann, wem es ähnlich sieht. Weil wir sonst keine Sorgen haben. Wenn man das so sieht, ist das eigentlich völlig unauffällig. Also da hat er leider die Hand davor. Der sieht voll den Papa eben nicht. Aber so ein bisschen sieht man die Nase. Steht die Diagnose jetzt eigentlich fest da unten drum? Die ist genetisch gesichert. Sehr viel fällt einem nicht auf. Ein paar Stigma, da kann man, wenn man es kennt, erkennen. Wo wir noch mal drauf gucken, das ist das Herz. Das ist er, ne? Ja. Also der Enkling kommt dann nach der Geburt in die Kinderklinik. Dann wird das Herz quasi überwacht. Ja, der wird schon überwacht. Den Herzfehler, den werden wir nicht einfach ins Kinderzimmer legen. Es ist zu erwarten, dass das Kind eine etwas levidere Farbe hat. Und dann ist es nicht ganz so rosig, wie wenn man keinen Herzfehler hat. Ist das für Sie als Arzt eine besondere Situation? Oder kommt es ab und zu vor, dass eine Mutter hier ist mit der Diagnose? Relativ selten. Relativ selten. Wobei ja der gesellschaftliche Druck sehr hoch ist. Nicht viele entschließen sich, dann das zu behalten. Ja, das ist schon deutlich. Normalerweise hätte er 1600 bis 1800. Also er ist schon deutlich kleiner. Oh, deutlich kleiner. Er ist deutlich kleiner. Und wenn das so weit zurückbleibt, dann kann das auch sein, dass wir uns entschließen müssten, das vorzeitig zu holen. Und wir würden dann vielleicht einen Kaiserschnitt machen. Das müssen wir engmaschig kontrollieren. Die Familie ist dadurch kalt. Mein Vater hat super reagiert. Er hat gesagt, lass dein Kind auf die Welt kommen. Dann schauen wir, wir werden es genauso lieben. Meine Mutter hat natürlich etwas emotional. Sie hat gesagt, bloß nicht abtreiben. Es ist so schön, ein Kind zu haben. Meine Mutter ist dreifache Mutter. Lass es bloß nicht abtreiben. Wir werden das Kind lieben. Was ich gar nicht wusste, ist auch, dass die Plazenta auch Trisomie 21 hat. Also nicht nur unser Kind hat Trisomie, sondern das Gewebe, das ist versorgt. Er hat gesagt, wenn die Natur nicht so mitspielt, kann es sein, dass das Kind früher geholt werden muss. Kaiserschnitt. Hm. Keine Möglichkeit. Ja, jetzt beobachten wir das halt noch. Aha. Aber ich möchte keinen Kaiserschnitt. Ich möchte, dass das Kind ganz normal auf die Welt kommt. Aber der ist so süß. Hey. Die Hände und alles. Ja. Und die Füßchen. Das Baby muss sein. Der sieht dir sehr ähnlich. Mhm. Manche telefonen mir, manche telefonen dir. Jetzt schauen wir uns mal Mia an. Mia ist drei. Mia's Mom hat schon auf Facebook getwittert oder mitgeteilt. Die läuft schon zehn Schritte. Schon zehn Schritte alleine. Hallo. Und das ist die Mia. Sagst du mal Hallo? Hallo. Und ich bin auch super froh, diesen Kontakt hier zu haben. Zu sehen, wie ist die Mutter? Wie macht sie das? Und zu sehen, wie ist das Kind? Wie hat sich das Kind bis zu dem Datum entwickelt? Hallo. Hallo. Oh, ist das schön. Du kannst schon laufen, ne? Zehn Schritte. Pass auf. Also wir können du sagen. Ja. Ist das okay? Ja, ja. So. Also pass auf. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Haha. Tschüss. Super. Mia läuft schon. Ja, das ist Mia drei. Drei. Drei und viertel. Drei und viertel. Wie alt bist du? Drei. Drei schön. Drei. Drei schön. Hallo, Herr Nasemann. Mach mal. Mach mal bei Mustafa. Na. Ja. Mach mal bei Mustafa. Und gleich geklingelt. Das ist gleich geklingelt. Klopf, klopf, klopf. Mama, nein, nein. So schön. Ich meine, klar, das ist ein Kind wie jedes andere auch. Die lacht, die weint, die schreit, die nervt auch einmal. Und lässt nicht schlafen? Die macht Arbeit und ganz viel Freude, ganz normal. Und die kann auch richtig wütend werden. Mia, wie ist denn das? Zeig mal der Ibek. Wenn du wütend wirst, wie magst denn du dann? Ach, Quatsch. Waren Sie in einer ähnlichen Situation wie Frau Götzsch? Wann haben Sie erfahren, dass Ihre Tochter Down-Syndrom hat? Ich habe vom Down-Syndrom erfahren, kurz nach der Geburt. Und das war schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Erst einmal. Und ich kann sagen, aus dem Tief hat mich eigentlich die Mia rausgeholt. Sie hat mir gezeigt, dass sie ein ganz normales Kind ist. Jedes andere Kind auch. Ich habe gedacht, sie kann mal nicht mit uns normal leben. Das ist das, was mir wehgetan hat. Und letzten Endes, jede familiäre Situation ist auch anders. Jedes Kind ist auch anders. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, das ist mein Kind und das ist Down-Syndrom. Weil beim Down-Syndrom gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Und die Kinder mit Down-Syndrom entwickeln sich auch ganz unterschiedlich. Aber ich möchte halt für meinen Teil, ich möchte einen kleinen Teil dazu beitragen, den Leuten einfach zu zeigen, was da auch für Glück drin steckt. Weil ich habe durch mein Kind definitiv mein Glück gefunden. Und ich möchte sie nicht mehr missen, weil ich bin echt froh, dass ich sie habe. Wo ist dein Bett? Bett, Bett müssen wir uns noch holen. Na, mein Junge, wie hat der sich jetzt hingedreht? Also in den letzten Tagen dreht er sich total komisch hin. Soll ich das Baby schlafen? Merkst du das? Das ist hier nie fest. Und dann hat mich der Herr Dr. Möller noch mal zu einer Ultraschalluntersuchung gebeten und dort gesehen, okay, über die Nabelschnur ist nicht genug Versorgung gewährleistet. Und als er dann den Satz aussprach, wann haben Sie denn heute das letzte Mal gegessen, wusste ich, okay, heute wird er geholt. Es war eine wahnsinnige Angst in dem Augenblick. Eine irre Angst, ob das Kind überlebt. Ich weiß, es ist 33. Schwangerschaftswoche. Und am darauffolgenden Tag habe ich mit viel Schmerz mich in den Rollstuhl hieven können. Und die haben mich dann hochgefahren zu meinem Kind. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen und ich war total schockiert. Total, weil, man kann sich das nicht vorstellen, 1210 Gramm. Ich konnte es nicht begreifen, dass es mein Kind ist. Ich dachte mir, wer ist das? Und dann habe ich mein Kind gesehen, war sehr, sehr, sehr traurig. Wahnsinnig traurig, dass es diesen Kampf auf sich nehmen muss. Herz schlägt, Sauerstoff war an dem Abend noch okay oder in der Nacht noch okay. Am nächsten Morgen wurde er nur intubiert, weil dann doch nicht genug Sauerstoff da war. Aber die Zufuhr hielt nur einen Tag und danach haben sie ihm das wieder abgenommen. Und seitdem atmet er wieder selbstständig. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis ich da mal wirklich ihn anfassen und ihn an mich nehmen konnte. Und wenn ich ihn jetzt anschaue, es ist das hübscheste Baby auf der Welt, ganz klar. Und es ist auch der Trotzigste und richtig süß, aber traurig macht mich das immer noch. Schau mal, das ist der kleine Wurm. Also der Arm, der ist nur so dick, nicht mal. Das ist mein Finger und das ist... Oh Gott, die Depression. Schau dir mal den Papa an, wie glücklich der ist. Ich frage ihn gerade, wie es ist. Ein warmes, volles, tolles, ganz interessantes, etwas ganz Neues. Mensch, ist das ein Kämpfer. Ist das ein Kämpfer. Und wenn er dann so schläft und dann hört man so ab und zu mal so ein Magenknirren von ihm oder irgendwas, wenn er so schmatzt, dann ist das so Sonnenaufgang pur an der Karibik. Ich bin dankbar für das, was ich bisher erleben durfte mit Engin. So klein und zerbrechlich er auch sein mag. Das ist so süß, wie der sich hier verstand. Der ist seit Montag nicht mehr auf der Intensivstation. Und da haben die gesagt, okay, die Frühchenverlegung steht an, weil er ist stabil, seine Werte sind stabil. Wie war diese Nachricht? Boah, ich... Also mir sind wirklich so 5000 Steine vom Herzen gefallen. Das ist ein echtes Etappenziel. Wie ist das jetzt, dass ihr Kind da im Krankenhaus ist und sie hier sein müssen? Für dich ist es noch schwerer, weil du nicht... Oh, 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 oh... Nur zwei, drei Tage habe ich richtig gesehen. Oh, das ist so super. Und ich habe noch nie... Mit offenen Augen. ...schön wach gesehen. Noch nie. Dann musst du am Sonntag, wenn du mit ihm kuschelst, krankgemässig machen. Ich zeig dir, wie krankgemässig ist. Ich will das. Ich will das. Dann ist er wach. Ich will das. Ja, weil wenn ich bei ihm bin, dann wickle ich ihn. Dann sehe ich, wie er sich reckt und streckt und wie er riecht. Und was er für Grimassen erzählt, und jetzt sehe ich es halt nicht. Aber in der Selbstständigkeit ist das so. Einer muss Geld verdienen. Das war nichts. Zieh mal hin gleich, Maria. Erstmal oben an. Das ist eine echte Herausforderung. Oh, Schatz. Und jetzt ist es für uns ein ganz normales Baby. Ob wir jetzt die Symptome eines Down-Kindes jetzt beheben wollen müssen, jetzt gleich Frühförderung, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Uns geht es darum, dass er hier stabil wird, dass er seine 2,8, 2,9 erreicht an Gramm. Und sobald er seine Stabilität errungen hat und nach Hause geht, kommt für uns dann wieder das nächste Etappenziel, wo wir sagen, okay, jetzt kümmern wir uns um seine Besonderheit. Wir machen mal etwas, was du so gerne machst, Schatz. Schatz, ganz ruhig, Mama ist da. Also, morgen wird es warm. Da braucht ihr keine Söckchen. Hattet das? Das? Dann braucht ihr noch ein Buddy? Nein, Mustafa. Nur ein T-Shirt. Er braucht einen Buddy, einen Kurzarm-Buddy. Haben wir jetzt nichts weiter. Ich brauche einen Kurzarm-Buddy. Ich brauche einen Kurzarm-Buddy. Mein Kind hat keinen Kurzarm-Buddy. Hilfe. Eine Hose. Bist du sicher mit Hose? Ja, Entschuldigung. Das ist ein Unterhemd. Das macht nichts. Kuscheldecke. Das reicht. Dann kann ich meinen Sohn nach Hause kommen. Jetzt gehen wir unser Kind abholen. Jetzt gehen wir unser Kind abholen. Nach neun Wochen und zwei Tagen. Was machen wir heute eigentlich mit ihm? Zusammen sitzen. Und dann? Zusammen sitzen. Kuscheln sitzen, kuscheln sitzen. Gott, der muss ja essen auch noch. Wasser ist schon abgekocht, steht schon da. Gott, bin ich aufgeregt. Das ist wie Urlaub. Wie Urlaub? Ja. Wenn man irgendwo hinfährt, was man noch gar nicht kannte. Hallo. Guten Morgen. Heute ist der große Tag. Ich bin endlich. Ich will mich ja gar nicht aus der Hand geben. Ja, das ist Papa. Dieser Mann ist Papa. Er ist ab jetzt für dich verantwortlich. Er. Und ich. Und ich. Mehr hast du nicht. Leider. Solange wir leben. Und wir werden noch lange leben, damit wir dich schön genießen. Ganzes Leben. Ja. Alles gut. Tschüss. Danke. Ja. Tschüss. Lass ihn mal anschauen. Lass ihn mal anschauen. Dreh dich mal um. Hallo. Süßer. Jetzt geht's nach Hause. Tschüssi. Hallihallo. Wingy, das ist dein Zuhause mein Kind. Herzlich Willkommen. ich bin nicht sicher wie ich wirklich anfassen kann wie locker sein und medikamente wie viel mal pro tag wie viel milligramm muss ich immer kümmern aber richtig gut getrunken gut gekümmert wird das machen wir ja das machen wir schon wir machen aber jetzt bis operation das schaffen wir ja du bist natürlich seltener da das ist natürlich so ein bisschen das problem dass du so seltener auch da sein konntest ich sitze etwas mehr an der quelle und wir haben jetzt am freitag gleich den nächsten termin beim herzchirurgen nein beim kardologen der das noch mal beschallt und er sagte ja so bei drei dreieinhalb kilo kann er operiert werden jetzt freuen wir uns dass er zunimmt aber wir freuen uns auch wieder doch nicht weil wenn er die schaltgrenze 3 erreicht hat steht schon wieder ein krankenhaus aufenthalt in aussicht aber wir kommen nicht drum herum und wir wussten von anfang an dass operiert dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Wir sind an der Kinder- und Jugendklinik in Erlangen, Uniklinik Erlangen, zwecks seinem angeborenen Herzfehler. Und heute ist er in der OP. Knapp sechs Wochen nach Entlastung aus Beilort ist er wieder in der Klinik, in der OP. Es ist wahnsinnig unangenehm, nicht dabei sein zu können und seine Hand zu drücken und zu sagen, ich bin bei dir, Kind. Ich bin nur vor der Tür. Ich glaube, ich hoffe nicht mehr, aber es ist das letzte Problem für ihn. Letzte, schwerste Problem für ihn. Dann wird er gesund. Noch drei, vier Stunden. Es ist eigentlich egal, wie lange noch. Hauptsache, es geht gut. Elf, ne? Zweieinhalb Stunden. Wir sind in der Mitte. Okay, gut. Wir wissen Bescheid. Vielen Dank für den Umbruch. Bis später. Tschüss. Was hat er gesagt? Herz schlägt wieder von selbst. Das ist jetzt die Stelle, wo man, glaube ich, sagen kann, dass das Schlimmste ist überstanden. Dass er uns das jetzt nicht ganz leicht machen würde, damit haben wir angesichts der Vorgeschichte schon gerechnet. Und insofern sind wir darauf jetzt hier auch eingestellt. Und ich denke, 95 Prozent sind überstanden. Und die anderen fünf Prozent auf der Intensivstation, ich denke, die schaffen. Okay, gut. Gucken Sie, ganz kurze Pause hier. Einmal hier. Sie dürfen gerne einmal in Ihren Kopf schalten. Schalten Sie ihn einmal in Ihren Kopf. Das muss jetzt einmal sein. Schläft in der Narkose noch tief, kriegt nichts mit. So, wir sortieren das da drinnen ein bisschen und dann holen wir Sie rein. Eine Stunde, habe ich gesagt, brauchen wir jetzt zum Sortieren. So, nicht erschrecken, das ist alles ganz schön. Dann machen Sie nochmal drei Stunden Pause und dann kommen Sie gestärkt wieder. Dein Sohn braucht dich zum Genesen. Der will in deine schönen Augen schauen. Ich hau. In deine schönen, kugeligen Augen will er schauen. Hat ja deine Augen. Erzähl mal, wer war noch dabei? War die Tante dabei? Ja. Und die Oma auch? Ja. Und der Opa? Das sind Indiens Füße. Das Kind ist sichtbar genesen. Das Kind ist erleichtert. Und wenn er getrunken hat, dann war er in der Mitte der Flasche wirklich außer Atem und hatte überhaupt keine Kraft. Jetzt hat er keine Lust. Aber früher hatte er einfach keine Kraft weiter zu trinken. Heute ist es so, wenn Mustafa nach Hause kommt, gut, das Gespräch ist überwiegend Kind. Wir haben Ruhe. Aber das ist so schön. Wir unterhalten wir uns, was er gemacht hat. Wirklich, wir haben Ruhe. Schon seit mehreren Jahren habe ich nicht, bis vorgestern, habe ich nicht wirklich in Ruhe, mit Spaß, eine Musik zugehört. Es ist ein super Gefühl, wenn man weiß, da ist eine Familie, die das Kind ganz normal behandelt. Wie halt ein Baby. Meine Schwester, die gesagt haben, du bist eine starke Frau, finde ich mir toll. Und schauen, ohne dass er schon auf der Welt war, die immer gekommen sind und gestreichelt haben. Also kommt ihr zum Kiel trinken. Hat aber echt lange Mittagsschlaf gemacht. Ich bin große Schwester. Und ich bin extra angereist. Schau mal wieder. Schau mal wieder. Schau mal wieder. Wir haben uns alle wahnsinnig gefreut. Ja. Ja, gewartet und gehofft. Und dazwischen auch resigniert, weil wir dachten, wird nichts mehr. Wird nichts mehr. Genau. Und als wir das erste Mal gesehen haben mit den ganzen Kabeln, das war schon für uns auch ein kleiner Schock. Und dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie sich das Kind so positiv, so toll entwickeln kann. Was das für eine Bereicherung für uns alle ist. Wir waren natürlich schon etwas überrascht am Anfang. Wir haben kein dauernd Baby bisher oder dauernd Kind bisher in der Familie gehabt und dachten, wie wird das alles. Die Entscheidung lag natürlich bei den Eltern, klar. Und wir sind im Nachhinein auch sehr, sehr, sehr froh, dass sie sich so entschieden haben. Ich habe ihn gesichert. Das ist so ein schönes Geschenk, was begleitet wurde natürlich durch etliche Aspekte, die weniger toll waren. Aber der größte Teil ist so angenehm, dass es fantastisch war. Es war das Beste, was uns passieren könnte, Engin zu bekommen. Egal was er hat, Engin ist für uns unser Sonnenschein. drummer 2 oder so zaa Sergeant terus D一個 oh 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 members ich kaum Untertitelung des ZDF, 2020